Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ja, meinen Garten kennt ihr schon. Ich habe allein zwei Gartenundgänge im März gemacht, weil sich einfach so viel getan hat in unterschiedlichsten Beeten. Um meinen Garten soll es aber nicht gehen. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, dass ich in den Nachbargarten möchte und darum soll es heute gehen. Dort entsteht auch ein Permakulturgarten nach verschiedenen Prinzipien. Permakultur generell aus dem Hortus gibt es Elemente und auf jeden Fall angelehnt an Herwig Pommeresche. Leben bringt Leben. Die Humosphäre super wichtig für uns. Das Tolle ist für alle, die jetzt vielleicht auch frische anfangen mit dem Garten. Gerade in diesem Jahr wird da deutlich, dass so ein Stückchen Natur unglaublich wertvoll ist, auch im Sinne der Eigenversorgung, was man da so gesundes, frisches aus dem Garten dann nachher auf dem Teller haben kann. Aber nicht nur das, auch als Erholungsort, ein kreativer Ort. Aber ja, ich rede zu viel. Es geht um einen Gartenrundgang und zwar nebenan, ein kleiner. Und ich werde euch mal zeigen, was sich da so getan hat in der Zeit, seitdem sie hier sind. So wirklich durchstarten tut das erst dieses Jahr und ich nehme euch mit. Lass mal rüber gehen. Ach so schön. Ja, gehen wir mal in den Nachbargarten. Hier geht es einmal über den Zaun. Und hier vorne möchte ich auch anfangen, denn ich meine, das war auch das erste Element, was hier reingefunden hat, im ersten Jahr mit Kartoffeln, also letztes Jahr. Das war auch das einzige Beet, gab ein bisschen was für die Bienchen noch und so, da kommen wir gleich zu. Aber hier vorne waren Kartoffeln drin. So, und von unten hatten wir ein bisschen ein paar Sachen zum Verrotten, haben aber gemerkt, da könnte deutlich mehr Erde rein. Dafür haben wir dieses Jahr gesorgt. Und hier sind halt noch so Wintersalate drin, Heerschornwegerich und so. Das, was ihr aus meinem Garten kennt, die kämpfen sich so alle so ein bisschen durch. Keiner weiß, ob er noch wachsen will und soll. Ja, wir haben das einfach mal ausprobiert. Wir hatten ja auch letzte Nacht wieder minus 5 Grad. Hier vorne haben wir sogar Wermut drin. Irgendwie wunderschön, wie ich finde. Auch so mit diesem Lila und Grün und ja. Und der Heerschornwegerich, der war wohl zu groß. Aber darum soll es nicht gehen im Einzelnen. Hier vorne. Upsi, da muss man ab und zu mal aufpassen. Nein. So, wieder alles heile. Ja, hier vorne gibt es so verschiedene Sachen. Ich war bei der Aussaat dabei. Also hier vorne entsteht irgendwas. Keine Ahnung, was da entsteht. Vielleicht sammeln die auch erstmal nur Steine. Ja, und hier um mich herum. Erstmal haben sie hier so eine kleine Stelle gemacht. Also der Garten wird bewirtschaftet im Moment von Dixon und Philipp. Bei Instagram oder so habt ihr bestimmt mal Fotos gesehen. Der Philipp krebst da auch im März-Video im Hintergrund ein bisschen rum. Ja, und mit denen war ich hierbei. Und außenrum haben wir die dicken Bohnen gepflanzt. Ne, kommt da eine? Da könnte sogar schon eine kommen. Ja, aber hier in dem Bereich sieht es so aus. Radieschen, Spinat, Möhren, verschiedene Radieschensorten. Noch eine andere Spinatsorte. Also das ist hier so in diesem Feld hingekommen. Da ein bisschen tiefer als da. Das könnt ihr auch ganz gut sehen. So, unserem Garten entwickelt sich ja. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und wir gehen jetzt einfach mal rüber. Hier in dem Bereich haben sie angefangen ein bisschen Stöcker zu legen. Die sind ein bisschen überwuchert jetzt vom Gras. Wow, richtig schön viel Moos. Ich persönlich mag Moos super, super gerne. Ja, und dann waren hier ein bisschen Blümchen drin. Und ja, so könnt ihr das letztendlich auch machen, wenn ihr mit dem Garten anfangt. Es ist wie eine weiße Leinwand. Das ist unglaublich, ja, wie soll man sagen, der Horizont ist weit in den Möglichkeiten, die ihr habt, so einen Garten anzulegen. Seid kreativ, da gibt es so, so, so viele Optionen, Möglichkeiten. Seht ihr ja bei mir drüben. Ja, nicht ganz so spektakulär. Da gab es Oregano zwischen, Lavendelwächster und so weiter und so fort. Hier vorne die Minze. Muss ich jetzt nicht vom Nahen zeigen. Aber was ich euch vom Nahen zeigen möchte, das ist dieses schöne Ding. Das hier, ja, das schöne Ding, da steckt noch ein Bohrer drin. Aber hier hatten wir fleißig was für die Wildbienen gemacht. Ein paar Löcher wurden angenommen. Da sieht man noch Reste. Da ist auch dicht. Da oben. Also wurde ein bisschen angenommen. Wir hoffen dies ja auf mehr. Vielleicht sollten wir da die anderen Löcher nochmal richtig sauber aufbauen. Wir haben das so sauber wie möglich gemacht und auch noch nachgeschmägelt und so weiter und so fort. Im Vergleich zu drüben schon von der Erfahrung profitiert. Ich habe ja auch mal gesagt bekommen, dass man das richtig schön sauber machen sollte, damit die Bienchen nicht mit den Flügeln an den Spänen, an den Sachen, die da aufquellen, wie auch immer irgendwie hängen bleiben. Tatsächlich habe ich das bei mir an einer Stelle festgestellt. Das wünsche ich natürlich keine Bienen. Sollen die Bienen helfen und nicht die Bienen töten. Und das ist natürlich ganz wichtig. Gut. So etwas Schönes haben sie noch drin. Und könnt ihr sehen, also anders hat das bei mir auch nicht angefangen. Ich habe überall irgendwelche kleinen Sachen gemacht. Und nach und nach entsteht der Garten und kann ganz viele kreative Elemente haben, die für die Tierchen wichtig sind, für euch wichtig sind. Und es ist einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation, die ich finde. Ja, aber wir bleiben jetzt bei dem Garten hier. Und in dem Garten gibt es noch einiges zu zeigen. Die rechte Seite habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und bevor wir rüber hüpfen, gibt es noch ein kleines Beet zu zeigen. Und zwar nicht das, sondern hier gibt es noch ein bisschen was zu sehen. Und das möchte ich euch vom Nahen zeigen. Das ganze Geschichtchen hier gibt es schon eine Weile. Gab es letztes Jahr auch. Und das haben Philipp und ich fertig gemacht. Er hat hier einen kleinen Steinkreis, hat Mangold von mir gekriegt. Und hier ist überall Knoblauch drin. Knoblauch, 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 Knoblauch. Das ganze Geschichtchen auf der anderen Seite auch. Hier waren verteilt so ein bisschen die Wintersalate. Aber ich glaube, die haben ihren Zenit gehabt. Sieht auch übel aus. Gibt natürlich durch die Frosthage immer Tage, wo auch mal die Blätter wegfrieren. Aber Mangold sieht super aus. Darüber freue ich mich. Und hier hat auch eine Erdbeerpflanze reingefunden. Ja, ist ja generell geschützt. Ich weiß nicht, ein paar wissen das von euch draußen. Auf jeden Fall Knoblauch und Erdbeeren super kommen ihren Beeten. Beschützen sich. Und ja, es ist eine super Ergänzung. So, und jetzt kommt die anderen Sachen. Auf geht's. So, und an dieser Stelle befinden sich zwei Beete, beziehungsweise auch schon drei. Ich habe jetzt nicht überall Aktie drin, was da drin ist. Das ist unberührt. Da soll noch was entstehen. Das verrate ich euch aber noch nicht. Um auch die Kreativität der Jungs nicht einzuschränken, falls sie das Video sehen. Und ich wollte noch das machen. Die sollen sich frei fühlen. Und immer das machen, worauf sie Bock haben. So kann man am effektivsten sich sein Reich gestalten. Meine Meinung. Okay. Hier haben wir Kartoffeln dran. Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Und hier haben wir nochmal Mangold in Gelb und Mangold in Weiß. Hier dürfen aber keine Kartoffeln drin sein. Da haben wir eine Erdbeer. Knusper, Knusper. Leben bringt Leben. Landet im Leet, beziehungsweise bleibt im Beet. Sellerie habe ich ja drüben auch. Kann man wunderbar umpflanzen. War völlig unkompliziert. Und kann super Winter gerade ab. Also beim Sellerie bin ich da schon überrascht. Sehr hartnäckig. Ich weiß nicht, was das hier ist. Keine Ahnung, können die Jungs mir noch verraten. Also Erdbeeren, Sellerie, Erdbeer, Erdbeer. Hier ist irgendwas. Sieht auch nach Erdbeer aus. Sellerie, Sellerie. Beim Sellerie weiß ich nicht genau. Ach, hier links haben wir auch noch eine Erdbeer und hier auch. Also Sellerie kommt immer. Wenn ihr einen Büschel habt ohne grüne Blätter, das kommt auf jeden Fall auch durch. Ja, und dann haben wir das hier richtig schön gemacht mit Totholzumrandung. Bietet vielen Lebewesen Raum. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Das ergänzt sich alles. Gut, und jetzt kommen wir zum Schmankerl. Das Schmankerl ist nämlich hinter euch, das habe ich gerade in den Aufnahmen so gut es geht, vermieden. Und da wollen wir jetzt hin. Hinter euch entsteht nämlich gerade ein Beet. Und zwar gibt es bei mir drüben auch schon das sogenannte Kiholbeet. Dieses Beet kann ich nur empfehlen. Hat richtig viel Spaß gemacht bei mir. Und was ihr an Pflanzen im Kiholbeet drin habt, das kriegt auf jeden Fall Zunder. Also Tomaten haben sich über lange Wege, die Wurzeln bis zum Kompost und das ergänzt sich hier echt richtig, richtig gut. Und die Würmer haben auch keinen weiten Weg. Also die werden hier knabbern können, das alles umarbeiten hin und her. Ja, die sind ja unterwegs, die scheißen euch ins Beet. Und das ist ja das, was wir wollen, was gut ist, dass wir die Sachen verarbeiten und ja, alles so verkompostieren, was verkompostiert werden soll. Die Jungs haben ganz unten Grassohnenhirn, da drüber jede Menge getrocknete Brombeersträucher. Sind noch piksig, aber da, knack, total morsch. Sagt mal morsch bei denen, ist egal. Ja, und drüber dann Erde. Das ist stinknormale Erde, mit der ich auch angefangen habe. Da ist nichts Besonderes mit drin. Aber für Erde schräg schräg Sand zum Start ist das super. Ich habe ja auch noch viele Beete, die so aussehen, die aber da drunter schon Leben haben. Und die natürlich nach und nach auch durch den Bokashi natürlich ein bisschen Nahrung in die Beete kriegen, Nährstoffe. Dennoch durfte ich feststellen, bei der Erde, die wir hier überall haben, die ist, ja, voller Stickstoff. Woran sieht man das? Es wachsen da drauf ohne Ende Brennnesseln. Also wo viele Brennnesseln wachsen, gibt es viel Stickstoff. Habe ich mir sagen lassen. Ich dürfte mir gerne widersprechen, wenn das anders ist. Wenn ihr da noch andere Weisheiten habt, was Erde angeht, also immer her damit. Finde ich sehr interessant. Ansonsten, ich bleibe ja generell beim naturnahen Gärten und brauche nicht so viel Kompliziertheit da drin. Und bin auch gerne intuitiv unterwegs. Ja, egal. Kommen wir zurück zum Kiholbeet. Das Kiholbeet ist ein selbstdüngendes Beet für alle, die es noch nicht kennen. Hier in der Mitte ist Kompass, wo immer wieder was reinkommt. Drumherum wird alles angebaut. Ja, und die Jungs haben jetzt hier erstmal die Steine gestapelt, wollen das auffüllen. Und dann wird nach und nach, à la Pyramide, das dann angeglichen. Damit, ja, die Erde natürlich die Steine nicht wegdrückt. Hier ist ein Steinhaufen entstanden, angelehnt an die Steinpyramiden. Die Steinpyramide darf ich, glaube ich, nicht sagen. Das wäre verkehrt. Es ist ein Steinhaufen, spielt aber gar keine Rolle. Da steht ganz viel Liebe drin vom Dixon. Und ja, hier drumherum, Steine, Steine, Steine. Wo kommen die her? Da vorne, wo die Beete entstanden sind, waren die Bohnen. Das war jede Menge Arbeit. Ich habe es zum Glück nicht gemacht. Ich kenne das ja von mir drüben. Ihr habt das ja in meinem Video gesehen, wo ich bei der Wasserstelle bei war. Da unterschätzt man, es ist richtig viel Arbeit. Aber ja, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, wenn man zu Nacht immer Bock drauf hat. Und somit ist das jetzt ja auch entstanden. Hier kommt noch jede Menge Erde rein. Ich habe da schon ein bisschen was gesiebt gesehen oder von Unkraut entfernt. Da geben sie sich richtig, richtig Mühe. Ja, und dann darf hier dann auch richtig geil was entstehen. Ja. Ich freue mich für die Jungs. Ich freue mich, dass die Blut geleckt haben. Wenn ihr das mal sehen solltet, seid gegrüßt an dieser Stelle. Philipp Dixon, Flo hatten wir auch mal hier. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das ist total schön. Also das Kiholbeet feiern sie. Das wollten sie unbedingt auch haben. Vielleicht kommt ja noch eins hin irgendwo. Ich könnte gut noch mehr haben. Nein, bei mir hier hinter mir ist aber richtig betrieben. Und haben wir denn hier? Oh, die Bienchen. Hallo? Könnt ihr die hören? Oh. Meckerst du mit mir? Ich glaube, die wollte in Ruhe arbeiten. Lass ich sie mal in Ruhe. Ja, hierzu gibt es sonst nichts zu sagen. Und das war auch hier vorne dann auch schon der Bereich. Viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht. So, mal gucken, ob ich mich hier hinsetzen kann oder ob gleich alles zusammenfällt. Nee, das geht noch. Also wie ihr sehen könnt, ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Es muss nicht immer eckig sein. Es kann auch rund sein. Es kann ein bisschen unorthodox sein. Der Horizont ist weit. Probiert einfach mal aus. Ich bin ja immer dafür, dass sich jeder irgendwie individuell auslebt. Also hier steckt schon richtig viel Liebe von den Jungs drin. Im Restlichen auch. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich da richtig drauf. Ich werde jetzt noch einen Moment das richtig schöne, herrliche Wetter genießen. Es ist richtig schön.